Mirmrahma, to the best show of the world. Ich bin Gülsha Adili und heute machen wir eine Show international. Eine Show für Integration. Wir lassen die Schweizer und die albanische Kultur miteinander nicht nur verschmelzen, sondern wir schauen an, wo hat Integration wirklich geklappt. Wir haben nicht gleich wegschalten, wenn ich Integration sage. Das ist im Fall nicht langweilig, das ist mega toll, weil wenn Integration funktioniert, dann wird es schon bugger. Und darum gehe ich jetzt auf dieser Bühne, auf meinem Sofa, zwei Gäste willkommen heissen, die die Integration wirklich geklappt hat. Zwei Herren Buse, Thomas. Entschuldigung. Zwei Herren Buse. Ich habe aber zweimal gegeben. Zweimal? Noch einmal ich. Du hast schon dreimal? Ah, wirklich? Okay, ich komme vorne. Aber mit Deutsch, ich bin noch bei mir. Darf ich hier sitzen? Sicher, bitte schön, Thomas. Und in die R-Packschippe sind wir voll. Also es gibt noch Probleme. Besser für mich. Besser für dich. Ja, danke vielmals. Aber zuerst, Thomas, möchte ich dich fragen, wie geht es dir? Fühlst du dich wohl? Ja, mir geht es super. Ich fühle mich sehr wohl. Und ich finde es super, hier in einer albanischen Fernsehschau zu sein. Albaner sind sehr fleisig, sehr freundlich, oder? Und es ist schön. Auch Baschkim fühlt sich sehr wohl in der Schweiz. Ja. Ja, finish. Ja. Ja. Bashkim, ist es was? A je mir'st in der Schweiz? Tip-topp, tip-topp. Okay, ja? Es für die Mutter? Herr, ich werde dir sagen, dass ich die Zeit für diese FTAs. Was? Ich verstehe, Albanisch. Ja, ja. Ich habe mich sehr viel Freude. Heute bin ich da. Was? Ich habe meine Kollegen diskutiert, und so. Ja? Ja. Ich habe alles. Ja, was? Ja. Mich ruft gerade jemand an. Kleinen Moment bitte. Was hörst du? Entschuldigung, das ist meine Frau. Darf ich kurz abnehmen? Ja. Ja, Frau, Frau. Kein Problem. Wie immer. Hoi, Schatz. Hallo. Ja? Ja, super, ich bin im albanischen Fernsehen. Ja, mit dem Baschkim. Ja, mein neuer Freund. Super. Ja, danke Schatz, super. Ich wünsche dir auch eine schöne Zeit. Ciao, ciao. Ja. Und so. Ja, kein Problem. Kein Problem, Thomas. Kein Problem. Du musst dich nicht stöhnen, Baschkim. Frau, du sollst mir chillen. Und so. Ich bin integriert in der Schweiz. Und äh. Ich habe mit meiner Frau. Ich respektiere meine Frau. Ich mache alles. Und ja. Mit meiner Frau. Tipptopp. 50-50. Das ist sehr schön. Ja. Moment, bitte. Telefon. Telefon. Ichvenue. Ich komme. Okay. Hallo. Ich komme. Will mit meiner Frau. Ich gehe jetzt ernst. Ich gehe jetzt nicht einmal zum Beispiel. Es ist dein Wissenschaft. Nein, Schatz, Putsch. Meine Frau. Was wollte sie? Nein, meine Frau wollte das Passwort von Facebook. Aber ja, warte. Thomas, man sagt ja, du bist ja gerne auch... Du hast jetzt neue albanische Freundin... Entschuldigung, ich habe mein Telefon. Okay. Im albanischen Fernsehen kann man natürlich auch in einer Live-Sendung telefonieren. Also bitte, Thomas, komm für dich frei. Nein, komm. Ja, ja, kein Problem, Thomas. Ja, ich verstehe dich. Okay, okay. Hoi, Schatz. Ja? Mhm. Mit Michi hast du einen trinken? Kennst du ihn vom Fitness? Gestern kennengelernt? Ja. Ja, und dann noch tanzen später? In Disco? Ja, kein Problem. Kein Problem. Und du schläfst schon nicht zu Hause? Ja? Ja, ist schön. Ja, du schaust einfach, dass du genug zum Schlafen kommst, gell? Und äh... Viel Spass noch heute, gell? Ciao, tschüss, ciao, ciao, love you. Entschuldigung, ganz schnell. Jetzt sind meine Frau da drin. Ja, okay. Das ist kein Problem. Kein Problem. Jetzt, Thomas, du bist ja häufig auch mit Baschki zusammen. Ja. Ihr seid gut befreundet, oder? Moment. Entschuldigung. Ne, kein Malish meine Frau. Hallo. Kutsch? Kutsch e kaç kruat komend atö. Shushegajmin? Love me. Ah, drej, shjema.. Ej, lem si om ne mission. Lem Tongshin 400, e lshom si om ne mission. Poch, poch, schat, ciao. Meine Frau, meine Frau, Entschuldigung noch einmal. Okay, ja. Mir läutet niemand an, denn ich habe auch niemanden, den wir anrufen können. Das ist ein anderes Problem. Auf jeden Fall, Thomas, ich möchte wissen, kannst du tatsächlich auch albanisch? Also ich frage nochmal auf unsere albanischen Zuschauerinnen und Zuschauer, den schippt mir voll. Ja, Moment. Noch einmal Entschuldigung, bieteschön. Ja! 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 Ich bin fast dann, wenn ich mich nicht mehr sagen kann. Okay, ah nein. Zurück noch einmal zu dir, Thomas. Wie sind deine Albanischen Kenntnisse? Kannst du tatsächlich Albanisch? Ich kann ein bisschen Albanisch. Zum Beispiel kann ich sagen, «Otolussum» «Heide Tespia Oitschüce» «Heide Tespia Oitschüce» Kannst du das noch übersetzen, was es genau heisst? Leider nicht so genau. Ich habe noch «Ostriga». Ich habe ihn oft gehört sagen «Ostriga Ostriga». «Hei, komm zuha». «Was heisst Ostriga?» «Sriga ist...» «Hei, es ist eine grue Kitsche» «Dellnana, du da...» «Sosch du es fernst» «Sosch du es fernst» «Mit sosch du es fernst» «Das heisst Bär quasi» «Ja, ich glaube, das heisst ein Bär» «Ein Striga ist ein Bär» «Sosch du es fernst» «Sosch du es fernst» «Sosch du es fernst» «Sosch du es fernst» «Gibt es sonst noch Dinge, die ihr loswerden möchtet?» «Einfach so...» «Das beste Integrationsbeispiel» «Ah nein, ich möchte noch wissen...» «Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?» «Siehen ihn ja oft du» «Ah, ja...» «Äh...» «Einen Tag...» «Schersten Fahisch» «Und Ola Kalicheni...» «Du hattest eine gute Idee...» «Ja, ich fand sie Linda Morin» «Du hattest eine gute Idee...» «Verstehst du das?» «Du hattest eine gute Idee...» «Du hattest eine gute Idee...» «Ede fillum që aty...» «Hello, hello...» «We get good...» «Good, good...» «So, so...» «Und të prezentum...» «Jem bo shokët mirë...» «Mpyti që ka përnë...» «Nuri tha zhvaloj...» «Dy firma e kam zvicër...» «Nja, 30 punëtori...» «I kam e krejt gjinën...» «Po i mbajnë në Kosovë...» «Me buke...» «Me krejt pëjt qesë...» «Po mlanë të më thyrë në telefon...» «Qe ju pare...» «Po i më të 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 t Ja, boh, boh, und er kommt in der Sonne-Gazette. Boh, das hat er gekocht. Was hast du in der Sonne? Den Blick gelesen. Den Blick habe ich gelesen. Und so, vielleicht das Jury, das Basko-Rimpe ist schön an mir. Also das Jury... Nein, nein, das Jury kommt immer in mir. Also, ihr seid quasi ein Pärchen? Nein, nein, Basko-Rimpe. Wir sind nicht zusammen. Ah, okay. Nein, 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 du bist nicht vor, du bist nicht vor. Nein. Du bist nicht vor, nein, nein. Nein, ich habe mit Schatzi, ich habe mit Schatzi. Auch ich habe mit Schatzi. Ja, das ist schön. Und so, ich bin Albaner, aber ich will in der Ruhe alle in der Schweiz für alles, was es macht für Albaner. Weisst du, alle für Albaner, ich kann schnell durch den Natasch-Po-Rimpe integrieren, aber es geht in der Regel und tipptopp. Gibt es noch etwas, was ich Ihnen sagen möchte? Ihr habt jetzt die Möglichkeit, den Zuschauern, den internationalen Gästen, noch ein paar Worte auszurichten. Oder wenn ihr das möchtet? Nein, ich habe sonst noch etwas, was ich sagen möchte. Ja, bitte. Also, ich grüsse zuerst einmal alle Albaner, die in der Schweiz leben. Das finde ich wunderschön. Ihr seid so freundlich und fleissig und arbeitet viel. Und dann habe ich noch etwas für die Albaner in Kosovo, oder? Die sagen immer zu den Albanern aus dem Ausland, sagen sie Schatzi. Immer Schatzi. Ja. Und ja, seid doch lieb zueinander. Müsst ihr ja nicht mobben, oder? Ohne sie geht es ja auch nicht, oder? Nicht, Schatzi sagen. Ja, das nicht. Ich habe einen Komiker, Kasper, Albaner. Sicher? Ja. Komm her. Komm her. Ja. Biteshen. Also, vor dem Auslander in Kosovo. Ich habe einen des Migrantes. Homin Kosovu Mas na athuni schatza Mas na ofendoni Mas na athuni qire kjo me na kshur arrogant Err schatzi, parko i keq, zditi Zboni, s'hangr, spiu Lenishto sana Se pa, ne e valoi, hani veç Po ju kam zöj Kdo qe me na kshur Sepse na kemet Ktu përna thujnë oslander, atje përna thujnë schatzi Spodim ku me shkuvesh me shku në kratime naj Dikun mes Asat jastu Das ish Mai porosi, weisch? Dankeschön Vielen Dank Vielen Dank Ja Vielen Dank Ich würde fang Applaus Das war ja mein Deryd Schum Dass ihr da gewesen sind Danke vielmal Nochmal ein riesiger Applaus für euch zwei Danke vielmal Dankeschön Danke, was geben Notenemun